Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei megaman 2 ja da werde ich reichlich beschenkt würde ich sagen sauber auf jeden fall an denen kann man glaube ich auch gut fahren naja der will nicht ja ja das passt schon wir brauchen jetzt wieder unser nummer 1 teil das hat gut geklappt ich finde diese musik so großartig das ist so großartig komponiert und wie auch immer keine ahnung chiptune mäßig als richtig große klasse kann niemand mir sagen dass das nicht wirklich grandios klingt es kann vielleicht nicht der eigene geschmack sein was gleich zu setzen wäre mit ich bin kein mensch hilfe hilfe und noch ein leben ich weiß nicht wo möchte ich hier lang nein moment ich möchte hier erstmal noch ein bisschen energie haben ja sowas nicht ach da wäre man auch so hoch gekommen na gut man kann es ja nicht wissen ach da kommt man auch so hoch na dann dann probiere ich es ab sofort erstmal so so boah ich will dieses level gar nicht verlassen diese musik ist so großartig die ist so verdammt großartig ich möchte sie in mein ohr implantieren das ich den ganzen tag noch das höre meinetwegen auch so laut das ist kein dass ich niemanden mehr verstehe und oh gott nein okay ich hier kommen jetzt keine unsichtbaren blöcke dann verstehe ich die aufgabe nicht lehrerin nein kann ich davon mehrere haben nee was war das erste davon noch mal nee das ist das nicht mein kater läuft wieder über mein schreibtisch ja du kannst auch gehen weißt du ja ist witzig das funktioniert ich habe keine ahnung nee das kann es eigentlich nicht sein vermutlich hier auf der seite mit dem teil auch wenn das seltsam ist okay nein es geht nicht oder war ich einfach zu weit an der seite was passiert denn mit dem bildschirmwechsel das teil verschwindet okay ich komme hier nicht weiter jetzt ist es aus nein verdammt wo muss ich jetzt hier lang ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht das ist total doof jaha nein falsche taste ach die verschwinden e nach einer weile nee da kommt man einfach nicht hoch auf so einer höhe und alles andere wäre ja zu niedrig aber ich kann mir nichts anderes vorstellen gerade ich kann einfach nur vermuten dass ich zurück muss weil ich irgendwo falsch gegangen bin was ist das da links ok ist nur grafisch also optisch das ist gut ich weiß gar nicht mehr welches welches war warte mal das hat mir zuerst das ist also dieses kabel links das hat mir zu zweit das ist also das nach rechts fliegen das ist das hoch fliegen ok ist das sinnvoll dass ich jetzt zurück gehe ich bin gerade ein bisschen parklos ich möchte jetzt aber meine fähigkeit noch mal wieder auffüllen und und mich selbst auch ja das nutze ich dafür doch jetzt mal so hoffe ich mache hier nichts falsches aber ich vermute ist dann backtracking in dem megamann spiel wo gab es das denn schon mal genau ich kann mich auch nicht erinnern ich habe aber auch nur den ersten teil wirklich durchgespielt jemals also ist meine meinung der fähig gar nicht so gefragt nee das kann nicht sein das ist einfach nicht deren stil so lass mich in ruhe du komischer roboter das kommt sehr passend nein geht nicht ich war ja noch fast voll irgendjemand muss mir unbedingt dieses level erklären ja 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 nur eine sekunde schnitt und drei sekunden nachgucken im intent sagten wir direkt was ich hier tun muss denn äh nein ja aber wir sehen schon ich kann hier von mehreren platzieren drei oh ja das habe ich ja verbockt das hätte ich herausfinden können durch ausprobieren ich wusste es aber nicht und irgendwie habe ich es auch nie aus versehen gemacht daher ich weiß es doch nicht besser so weiter habe ich nicht gewohnt mit tatsächlich nur diesen bildschirm angeguckt ich habe hier einfach gar keinen bock zu reden weil die musik so grandios ist ah kennt ihr das wenn ihr ein video macht in dem ihr oh gott jetzt fällt mir kein deutsches wort ich wollte gerade sagen indem ihr es zu post sei zu reden ne in dem ihr quasi in dem ihr euch eigentlich ja dazu verpflichtet zu reden weil es das format so möchte wow äh what ähm und dann macht ihr es aber doch nicht what ein fetter robo drache äh tschüss jo wieviel leben habe ich ja er hält sich in grenzen ah diese musik die entschädigt eigentlich ja schon für alles und wenn ich da einfach ausweichen sollte der auch schon recht schnell daumen bin ich habe das gesehen der hatte ja kaum noch leben nach ein paar schüssen ja die idee war gerade geil ich hatte gerade irgendwie gedacht wenn der verfolgen auf ihn schießen dann dachte ich so ja ne aber auf einmal kam diese plattform und dachte mir so ja ja aber dass ich mir einfach ja ja oder dieser sprung ist ganz schön knapp da an der ecke die ganze zeit haut ab ihr bösen viecher ihr seid keine drachen ich bin jetzt ein drachenjäger ich bin ein drachen hunter ich bin ein dragonborn ich bin ein drachen schlechter ich bin mega man nein gibt es da auch eine gute waffe gegen ihn vermutlich aber es ging so schnell mit dem blaster da möchte ich nichts ausprobieren nein ach verdammt da ist dort der drache schon ja musik du bist geil aber gerade nervst du mich irgendwie einfach durch die tatsache dass du so toll bist und so charmant und ich dann das level aber nicht schaffe und mein kater einfach nochmal durchs bild läuft für mich das macht er heute irgendwie öfters habe ich das gefühl er rennt halt hin und her er ist halt neugierig das verstehe ich ja auch ich spiele was mit einem blauen komischen typen aber trotzdem muss er nicht sein und ich hoffe ich habe jetzt noch genug energie das könnte sehr knapp werden verkacken darf ich es auf jeden fall nicht ok es hat gereicht glaub ich ми konzentrieren uns einfach also halte ich die klappe einfach nur um die musik zu genießen und euch auch das zu ermöglichen Ab wo es scrollt ist... Egal, ich bin ruhig. Okay, das war einfach. War das alles, was du zu bieten hast, du epilepsiefeindlicher Drache? Ja, das war alles. Okay. Stage geschafft! Das war halt nur, man darf halt nicht falsch getroffen werden. Sonst fällt man komplett runter und das war wahrscheinlich die Schwierigkeit. Damit ist die Wily Stage Nummer 1 geschafft. Und jetzt geht's zur Wily Stage Nummer 2. Nachdem das Schlossblau aufleuchtet. Da stehen uns dann noch zwei weitere und das Level von ihm selbst bevor. Und ich würde sagen, hier machen wir Pause. Ähm, Moment. Oh, me gusta, me gusta. So, jetzt machen wir Pause. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Vogel. Tschüss. Oh, diese Musik. Nein, ich lasse sie noch ein paar Sekunden für euch an. Hi, tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.